Leute liebt manche, das ist jetzt zum neuen Video aus Ottensen. Wir testen heute so ein Original-Istambuler-Ding, was aus Istanbul nach Hamburg gekommen ist. Ich glaube auch erste Station überhaupt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es eine Kette ist, recherchiere ich noch. Es ist Mr. Dumpling, also Original-Mante aus der Türkei, aus Istanbul, jetzt hier in Hamburg. Übels Bock, also Teig, Füllung, sowieso komplett meins. Checken wir ab und gucken, was das Ganze verspricht. Bis gleich. Also hier ist generell sehr viel los, also sehr schöne Ecke. Und da hat das jetzt direkt aufgemacht. So, schauen wir mal. Also manchmal ziehe ich auch kurze Socken an, aber ich sage euch ehrlich, ich bin auch vollschool unterwegs. So muss das aussehen. Habe ich eigentlich gerade Mante gesagt oder habe ich Mante gesagt? Also ich meine natürlich Mante. Nicht, dass ich jetzt hier gerade komplette Scheiße gelabert habe. Hier ist ein schönes Auto, ey. Das hat schon Stil, ey. Also Katastrophe wäre, wenn ich jetzt nicht filmen darf. Ich habe nämlich noch nicht gefragt, aber eigentlich geht das immer. Für die, die sich auch immer interessieren, meldet sich voran, meldet sich nicht an. Also in 97 Prozent der Fälle nicht. Außer ich mache so mit Jury-Format und hier und da. Aber das ist sonst so aufwendig, wenn ich da Kameramänner dabei habe und so. Hier ist das Ding. Mante. Ach, habe ich doch richtig gesagt. Mante. Mante, Mante. Ich bin mal wieder so verscheppert, Leute, heute. Ich bin so verscheppert. Aber das kennt ihr schon. Ich konnte es auch in jedem Video sagen. Ach, ja, da ist der Kollege. Hier kann man schön noch draußen sitzen. Die planen sogar auch, so wie ich gehört habe, eine zweite Station. Jetzt, weil das hier so gut laufen soll, soll auch bei der deutschen Community so gut ankommen. Wer hat mir das gerade noch gesagt? Also ich gebe keine Stellungnahme dazu, ob ich die Erklärung gut finde. Ich habe nur gerade ein Telefon angeführt und ich sage euch, wie die Erklärung war. Ja, Mante, Teig ist so ein bisschen auch wie Italienisch, Nudeln und so. Deshalb kommt das wohl sehr gut an. Also ich habe keine Sekunde darüber verschwendet. Ich weiß nicht, ob die Erklärung gut ist, aber das habe ich mir gerade angehört. Grüße gehen raus. Toll, ey, gellst du denn an den guten Memo aus Ottensinn? Jetzt musst du dich rechtfertigen für diese Aussage, die ich wahrscheinlich völlig falsch wiedergegeben habe. Aber egal, das wird Memo verkraften. Ja, ich habe Bock, ey. Ich bin eigentlich in Plauderlaune. Ich hätte jetzt Bock, euch irgendeine Geschichte zu erzählen. Aber ich glaube, wir sollten das machen, was der Titel hergibt. Wir testen jetzt Mante. Guck mal, hier sind ja überall Gewürze. Ist das normal, dass hier überall Gewürze noch sind? Ja, tatsächlich, ja. Ja? Na, natürlich ist das normal. Sonst würde ich da ja nicht stehen. Was ist denn das? Das ist eine tolle Frage. Warte, das schon wieder. Ja, genau. Also wir haben hier einmal getrocknete Münze. Ja. Und hier haben wir einmal Soja. Ach, das getrocknete Münze? Genau, richtig. Soja? Das ist Soja? Genau, richtig. Und das schmeckt, ja? Einmal Tuprika. Okay, krass, ey. Also ich nehme dich mal hier als Ansprechpartner. Ich will heute jetzt Mante testen, wenn ich jemand wäre, der noch nie Mante gegessen hat. Wie würdest du jetzt sagen, was mich heute erwartet? Also das war tatsächlich, wo ich das erste Mal Mante gegessen habe, zwei Tage später war ich hier am Arbeiten. Ich dachte, du sagst jetzt Durchfall. Ich schwör, Jürgen, ich hatte es mal gedacht. Also, ja, du wirst auf jeden Fall positiv überrascht sein. Also wir haben einen Mante in verschiedenen Formen und Varianten. Guck dich einfach durch die Karte und lass dich überraschen, ne? Oh, geil. Kannst du nicht nochmal den mit Durchfall sagen? Das wird so geil, wenn ich ihn einbinden könnte. Ja, auf jeden Fall. Also du wirst auf jeden Fall durchfallen. Alter, was mache ich mit der Kamera heute, ey? Warum sieht das so geil aus? Also ich kann mal vielleicht Folgendes bringen, Leute. Das entscheidet jetzt aber voll, ob es das letzte Mal sein wird oder nicht. Ich nehme das hier eigentlich als Zweitkanal-Video heute auf. Ich schaue ja natürlich auch immer, was kommt am besten an und ich bringe die Knalle einmal auf den ersten Kanal. Logischerweise gibt es immer welche, die sagen, so nicht so viel Abwechslung hier und da. Liegt darin, dass ich das bringe, was am besten ankommt. Ich kann sowas öfter auf den Erstkanal auch bringen. Das ist einfach Abwechslung. Feiere ich persönlich auch mehr. Der muss das aber scheppern, weil ich bringe das, was am besten scheppert. Also wenn ihr sowas auch öfter sehen wollt, müsst ihr den Daumen übertrieben knallen lassen. Dann geht es dir immer weiter auch mit so einem Sonderformat. Die ist sonst auf dem Zweitkanal übrigens. Immer gibt PolyTV. Na, dann gibt es sowas aber auch mehr auf dem Erstkanal. Also Daumen oben scheppern lassen, ich richte mich nach euch, kommentieren und dann weiß ich, dass das schmeckt. Dann bringe ich das nochmal mehr. So ein Ding ist das. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwas genommen habe oder sowas, aber irgendwie fasziniert mich alles. Das ist Präsentation. Es sind einfach nur Getränke, aber präsentiert hat man Bock drauf. Gefällt mir, schmeckt mir. Das schmeckt mega. Ich gucke mal einfach in die Karte mal rein hier. Ich muss hier mal reingucken. Oh, die sind wir da durchgegangen. Das ist ein Dumpling-Guy. Da hinten köchelt das. Auf eine Küche kann man reingucken. Immer schöne Sache. Also so Hygiene und so weiter ist ja natürlich so ein Thema in der Gastronomie. Und wenn man da reingucken kann, kann man sich immer ein schönes Bild machen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, würde ich jetzt mal überhaupt nur einfach geringer, dass man da irgendeinen Mist-Tricked-Karte. Ich bin heute Gast bei Manty, Manty. Salat wollen wir jetzt nicht, Leute. Boah, Teigfladen. Fehlt da Teigfladen, Gouda-Teigfladen. Nee, wir bleiben auf den klassischen Dingern hier. Gefüllte Weinblätter. Wenn die selbst gemacht sind, ich liebe die Dinger. Dann müsste man die beiden auch das Edamame. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aubergine-Cremesuppe. Boah. Also ich bestelle die mal nebenbei einfach so. Nur eins, zwei Worte. Der zu verlieren. Guck mal, die sieht nämlich gut aus. Frittierte Garnelen-Pirurgi. So, frittierte Manty. Das ist was, was ich auch noch nicht gegessen habe. Werden wir testen. Wusstet ihr schon vor, dass es das hier gibt? Dumpling. Hackfleisch-Zwiebeln. Ach, das ist auch frittiert. Sind die so beliebt, das hier? Die können die doch nicht machen. Ach, gekocht oder frittiert. Hä? Ich muss gleich nochmal fragen. Das wundert mich jetzt gerade. Wir fangen an mit dem klassischen. Dann nehmen wir das mit Ubarginen-Püree. Das sind wir auch safe. Klassische Manty. Ah, alaikum salam. Mal gucken, wir gucken. Ich will nicht so festlegen. Wir gucken einfach, wie das bockt. Ob wir zwei Runden machen, drei, fünf, acht. Wir machen so, wie das bockt heute. So, ich frag mal den Kollegen. Hör ruhig. Er will noch was fragen. Er will noch was fragen? Ja, klar, kein Problem. Er hat Angst. Hast du Angst? Ich verstehe nicht Deutsch. Ach so. Er ist der Küchenchef tatsächlich. Ah, er ist Küchenchef. Ja, er ist der Küchenchef. You are the cooking cheese? Er kann kein Englisch. Ach so, ich kann auch nicht, aber ich versuche mal. Kannst du aber mit ihm sprechen? Könnt ihr irgendeine Sprache gleich aufspringen? Deutsch, also er kann, er versteht dich auch nicht. Ach so, er versteht mich, er kann doch nicht sprechen. Er will nicht sprechen. Ach, ach so. Nee, aber nicht so viel. Ach so, ja, das ist nicht schlimm. Also, äh, was rede ich denn da? Nur um das mal so zu erklären. Ich wollte gerade sagen, was meine Videos so einzigartig macht, aber das hört sich schon wieder voll abgehoben an, deshalb sag ich es anders. Ich gehe mal in ein Video rein. Kein Mensch ist jeden Tag gleich, ihr kennt dasselbe. Man hat mal die Stimmung, mal die Stimmung und deshalb bin ich einfach in dem Moment so, wie ich bin und wenn mein Video so chaotisch ist oder einfach, sag ich mal, so cringe Momente oder so, liegt das einfach an der Tagesstimmung dann so, ne? Deshalb, ich kann rein gar nichts dafür, wie es heute passiert. Ich gehe einfach frei rein in so ein Video. In meinen ersten Videos, so rein interessehalber, lustigerweise oder interessanterweise, habe ich mir manchmal noch so ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Oh, was sag, bringst du jetzt für einen Gag oder so, wisst ihr? Dann habe ich ganz schnell gemerkt, absolut fehl am Platz, weil dann willst du das Ding bringen, willst du irgendeinen Joke bringen und das ist völlig fehl am Platz. Und das, ich spreche von vor vier Jahren oder fünf Jahren oder so, ne? Ist das völlig fehl am Platz und es kommt völlig, die haben nie, ich habe die immer rausnehmen lassen aus dem Video, weil ich gemerkt habe, das zieht nicht. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und viele fragen auch immer, oh, Baret ist so vor, Skript ist so, also wer meine Videos kennt, sollte eigentlich wissen, dass Skripten wahrscheinlich schlecht, unwahrscheinlich ist, aber ne, einfach, einfach machen. So, da kommt meine Suppe schon, dann werde ich da mal einfach reinstecken. Ach, da kommt schon noch mehr. Ach so, das bringt dir jetzt geil, das bringt dir schon vorweg. Ist da irgendwas geröstetes bei, habt ihr was angeröstet unter drin? Hier die Zwiebel zum Beispiel, ist die angeröstet? Da müsste ich tatsächlich gegen den Kopf... Ich glaube schon, weil das riecht so geil geröstet. Also es sieht mir so ein bisschen, ja, Frachtgärl immer, weil das kommt direkt hoch, fand ich eben geil, die Vibes. Geil, ich schnecke mal rein eben. Ja, safe angeröstet, Leute. Riecht man direkt? Das sind meine Haare hier auch, ey, das sieht ja wohl echt verboten aus, so wollte ich das gar nicht. Vielleicht haue ich hier mal ein Placement rein. Hab noch ein Placement für Elitär geplant. Vielleicht haue ich das direkt rein, denn, boah, sind schon lang geworden. Kann sein, dass ihr jetzt ein Placement seht. Für alle, die Interesse haben, ihre Haare machen zu lassen, ich habe ja Haar-OPs gehabt, mein finales Ergebnis und ein, zwei Fakten zu OP möchte ich euch nochmal mitteilen und danach geht es weiter im Video. Die wichtigsten Fragen einmal. Ich habe es in jedem Placement gesagt, ich möchte euch heute wieder sagen, es gibt eine neue Methode, ihr habt keine Schmerzen. So, wenn ihr das bucht, ihr habt keine Schmerzen, gar nichts. Das ist schon mal passé. Die Frage ist für jeden dann einfach auch nochmal mit dem Preis. Könnt ihr ausrechnen, bei mir in der Videobeschreibung einfach draufklicken, informieren, Preise einholen, alles unverbindlich. Und Ergebnis, das ist die nächste Frage, wie ist es geworden? Überzeugt euch selber. So, ich brauche euch keinen Mist erzählen, irgendeinen Schmarrn, ihr könnt es alle sehen. Es ist super geworden. Was ich eigentlich noch im Placement drin hatte, aber die Aufnahmen haben mir nicht gefallen, war meine PRP-Behandlung. Ich bin regelmäßig zur PRP-Behandlung gegangen, dass so aus der Eigenblutinnahme und die Blutplättchen werden euch dann in die Kopfhaut initiiert. Das sind bekannte Methoden, nicht nur aus der Haartherapie oder aus Haartransplantation, sondern zum Beispiel bei Frauen, bei bestimmten Problemen wird es in die Gebärmutter initiiert. Augenprobleme bei Eltern, Leuten für die Augenbehandlung. Und bei Sportlern auch, zur besseren Regenerierung. Frauen benutzen das, Männer auch, um Falten vorzubeugen und so weiter. Das ist einfach eine Methode, die in dem Fall, der ist einfach hier drauf bezogen, die Heilung fördert. Stärkere Haarwurzeln, besseres Wachstum. So, und da bin ich sechsmal, glaube ich, hingegangen nach der OP. Ist kein Muss, nichts, was jeder machen muss, aber es hilft auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Ich finde es einfach immer geil, ein einfaches Ergebnis zu zeigen. Ich bin mega happy. Ich habe zwei OPs gehabt. Und ja, wenn ihr euch informieren wollt, einfach in die Videobeschreibung. Und ja, Kuss, Kuss. Weiter im Video. So, Fingerspitze Runde 1. Gefüllten Weinblätter und Suppe. Scheint man wohl mit Zitrone zu essen hier. Er ist ich privat auch sehr gerne. Und die Suppe. Kein Ding, wir haben mal los. Also, ich sag mal so, Leute. Irgendwie hat es so einen gerösteten Charakter. Ich habe nachgefragt, da ist nichts Geröstetes drin. Gar nichts. Aber so vom Feeling her, irgendwie, als wären die Auberginen angeröstet da reingebracht. Schön cremig. Oh, ist schon da. Danke, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Kannst einfach hinstellen. Danke, mein Lieber. Eigenen Charakter, die Auberginen. Kein Plan, wie ich das beschreiben soll. Einfach gemüsig, nachklingenden, nachhaltenden Charakter. Aber nur zwischendrin. Punktuell einmal gehabt, dieses Feeling. War aber geil. Danach wird es halt sehr suppig, sozusagen. Also Zitrone ist der im Schlencher. Feingewürz. Im Vergleich, und da gestehe ich ein, ich kaufe die fertigen immer. Gute Qualitätsstoff für fertige, nur aus einer kleinen Box, klackst so oft. Die sind meistens mit so einem gesäuert, ich glaube, für die Haltbarkeit. Es ist nichts Dramatisches drin, aber das haben die oft so einen säuerlichen Charakter. Das hier halt gar nicht. Diese Säure, die da ausgetauscht wird, hast du hier durch diese frische Zitrone. Das ist mega. Ultrafrisch, Reis noch fest im Biss. Das Fischendrin noch so, also nicht zu fest, perfekt im Biss. Al dente, hätte ich beinahe gesagt. Und gerne. Oh, gerne. Esse ich das auch nochmal hier. Und mit der Joghurtsoße. Da haben wir die klassischen Mantis. Das ist, soweit ich weiß, korrigiert mich gerne. Butter und ja, wahrscheinlich so ein bisschen Pultbiber oder manchmal Tomatenmark. Da ist mein Wissen, was Mantis angeht, auch noch beschränkt, weil ich noch nicht so oft Mantis gegessen habe, dass ich irgendwie die verschiedenen Zubereitungsmethoden weiß. Dieser Gegenspieler immer zwischen diesen herben, diesen fleischigen Teigigen und dieser Joghurtsauce, in welchem Bezug auch immer. Ich liebe diesen Gegenspieler, es ist einfach ein perfektes Match. Wenn das jetzt alles stimmt, kann das gut was werden. Runde 2 geht los. Also erstmal die Dinger auch recht fest. Wenn ich reinsteche, recht fest. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Oh, Tropfen auf den Arm, sehr schön. Sehr geil Gewürz. Joghurt hätte ich auch ganz anders erwartet. Wirklich erst ein Eindruck, komplett wie ein normaler Joghurt. Wie ein normaler Joghurt, einfach aus dem Joghurttopf. Und auch Gewürze-Kategorie von dem Mantel musst du wahrscheinlich sehr drin sein in dem Game. So drin, wie ich es in anderen Games bin, um sagen zu können, oh, das wird das Gewürzt, das Gewürzt. Aber es kommt erstmal dieser hart orientatische Kick halt. Weil es rein orientalischer Kick, weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Geht, denke ich, vielen so, die aus der gleichen Kultur kommen wie ich und vielleicht dieses Essen nicht so gewohnt sind. Anders, geil aber. Sehr frischer Kick auch, gerade so im Sommer. Wie ich finde jetzt bei dem Gericht, vielleicht nicht ganz so viel getrunken, wie es hätte sein sollen. Gib irgendwie frische Joghurtsoße. Wenn ihr das isst, müsst ihr den hier einfach auch mal machen. So, zack, zack. Und dann. Dann habt ihr diese Power von dem, das wird Pultbiber. Denk ich, sein. Von diesen Chiliflocken. Das ist natürlich folgendes, Mann. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch mache, Leute. Dass das eigentlich hier in Tee gehört oder so. Ich mach hier mal einmal den hier. Quatsch, ey. Minze kommt doch mega geil. Muss dazu kommen. Was lab ich für Kacke? Also dieses Matching kann man sich ja wohl direkt vorstellen. Getrocknet Paprika. Da wären bestimmt die Kenner unter euch bei Mantel. Hätten jetzt gesagt, Holle, du hättest diese Gewürze nehmen müssen, du Esel. Und was sagt er hier? Soja, hat er gesagt. Also kann ich mir immer noch nichts so davor stellen. Hier haben wir das Soja-Feeling. Merkst du, dieses Gewürze im Biss auf jeden Fall? So ein bisschen verhärtet. Das sieht so negativ an, aber bessere Beschreibung fällt mir nicht ein. Manchmal hat man ja ein bisschen ein Stück Verpackung in der Dings im Essen. Beißt den Döner rein. Hast du auch was von Verpackung mit reingebissen. Hast mit drauf, aber das ist eigentlich so geschehen, weil das hört sich negativ an. Weil ich jetzt nicht negativ im Biss. Leichtes Salzsprickel dazu. Ich esse jetzt viel, so viel. Ich dumme Idiot, ey. Ich muss nur drei Sachen essen. Was mach ich denn hier jetzt gerade, ey? Da ist hier normalerweise nicht so viel. Nimm den Rest mit. Gerade wenn das so Riesenportionen sind. Ich bin ja auch kein Unmensch. Kann hier tausend Sachen essen. Kurz gefasst zu den Gewürzen. Die hab ich jetzt alle probiert. Auf jeden Fall upgrade. Gib in ein Gericht, so irgendwie drei ganz verschiedene Geschmacksrichtungen halt noch rein. Die aber alle perfekt passen. Hier hast du einfach so einen Salzsprickel. Unbekannter Geschmack. Kann ich nichts zu sagen. Muss man probieren. Kann ich mit nichts vergleichen. Ist so ein bisschen wie Pultbiber. Geile scharfe Note. Und was einfach Perfect Matcher gibt, ist diese Minze. Das ist das Manta, auch wie ich es teilweise schon gegessen habe. Wo du einfach direkt angekommen bist. Ein frischer Charakter mit rein. Mega heftig. Wir gehen in die frittierte Wand und mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch in die dritte Runde gehen. Die hat sehr gut geschmeckt. Ich würde jetzt die frittierten einmal probieren. Die würde mich sehr interessieren. Gerne. Und was würdest du da empfehlen bei den frittierten? Was ganz häufig genommen wird, wären die 19. Das nehme ich auf jeden Fall. Das kostet 16,90 Euro dieses hier, ne? Genau. Vor allem 12 bis 16 Uhr haben wir ein 25 Prozent Verband. Ach, okay, stark. Das ist alles 25 Prozent Verband hier. Ich glaube, aber er hat dich nicht richtig verstanden mit dem, was angeröstet ist. Da muss irgendwas angeröstet ist. Ja. Ja, ich würde meine Mutter drauf verwenden. Der Koala-Bär. Ja, wir haben Hassan hier getroffen. Wir werden auch morgen Video machen. Dann mach es auf, Food-Youtuber. Der legendäre Hassan Hurrani. Ui, er kennt sogar meinen Nachnamen. Ja, ja. Da kommt Runde zwei, Runde drei, Leute. Runde drei. Der frittierte Charakter, der in der Luft liegt, ist überwältigend geil. Ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll. Sehr special. Hat einen ganz bekannten Charakter durch diesen Spinat. Was dabei aber so special ist, du hast den Spinat im Hintergrund, so wie man ihn kennt, irgendwie vom Teller. Nicht so in der weichen Gluck-Variante mit irgendwie noch Sahne drin oder so, sondern wirklich ganz normaler Spinat, auch vom Biss noch relativ fest, aber dass es den Hintergrund einnimmt. Und was irgendwie so die Speerspitze bildet, sind dann die Gewürze. Du hast irgendwie ganz bissiges, leicht scharfes Gewürz drin. Ich weiß nicht, ob es auch einfach wieder Chili ist. Auf jeden Fall ist es so irgendwie Spinat, aber in pikanter Variante, wo Spinat so ein bisschen einfach das Backup bildet. Leicht süße ich einen Touch aus für die Zwiebel-Variante. Ich muss einfach erstmal jetzt nochmal den hier machen. Joghurt nimmt komplett ein. Herzhafte Komponente kommt mit dem Teig jetzt rum. Hier in dem Fall der Teig ist sehr, sehr geil. Irgendwie so ein bisschen das Feeling von Brötchen direkt aus dem Ofen. Es gibt auch teilweise diese Aufbackbrötchen von zu Hause. So irgendwie Zwiebel von M. Zwiebeln von M sind eine Creme. Nicht stückig, eine Creme, die du gefühlt hier rausdrücken kannst aus dem Ding an. Nicht gefühlt, du kannst die rausdrücken. Brotcharakter schwindet. Das bleibt einfach so diese Zwiebelnote. Wobei, man kann es gar nicht genau als Zwiebel ausmachen. Einfach eine würzige, cremige, durch das Brot dann wiederum eine etwas härte Konsistenz. Lustig, ey. Ganz, ganz wilder Effekt. Es passiert jetzt wieder, mache ich auch manchmal so Gedankenexperimente. Wenn man mit dieser Joghurtsauce isst, ist es tatsächlich so, dass dann wieder dieser Brotcharakter zutage kommt. Vielleicht neutralisiert dieser Joghurt im Mund. So, und dann mache ich mal folgendes. Ich versuche kurz zu vergessen, was ich esse. Und das Gehirn spielt eine Illusion vor, dass ich halt eben jetzt hier gerade ein Brötchen snacke, auch von der Konsistenz. So, bam. Und dann holt mich die Realität wieder ein. Und ich merke irgendwie diese würzige Zwiebelmasse und generell diese würzige Note von dem Gericht, die nach vorne schießt. Minimaler Zwiebelkick und boom. Dann geht es wieder in diese Chili-Paprika-Note rüber. Den haben wir noch dazu. Das ist wiederum fast wie ein Blätterteil. Sehr, sehr heftig. An Wasser nennt mich das. Diese Dinge generell für mich so ein bisschen auch Highlight. Mein Mantel muss man jetzt schon auf den Punkt gebracht mal sagen. Gute Mantel. Sehr, sehr lecker. Aber hebt sich für mich jetzt nicht zu anderen Mantel ab. Hab auch schon besser gegessen. Hab schlechter gegessen. Einfach sehr lecker. Handgemacht auch, ne? Handgemacht. Hab beim Afghanen einmal nochmal. Das waren so meine Highlight-Mantel hier in Hamburg. Aber die hier ist für mich auch einfach ganz sicherlich. Guck mal, den hier muss man auch bringen. Butter, die da drüber gegossen wurde. Bitte hol mich ein, Bruder. Pilz hier drin. Geile Pilzfüllung. Nicht irgendwie so Standard. Pflüge auch selber Pilze. Sehr positiven, frischen Effekt. Also wirklich wie teilweise Pilze, die ich frisch gepflückt hab im Wald. Gute Dinger. Abschließend wurde jetzt noch draußen. Ich denke, es langt für heute. Ich bin todesatt. Lass mich den Rest jetzt einpacken. Denn zu abschließend wurden draußen. Frag ich mal, ob in der Auberginen-Suppe irgendetwas drin ist, was der angeröstet hat. Angeröstet? Angeröstet, ja. Habib, den Heiligen, schau da mal. Schau, hat der jetzt wieder. Der hat Mehl drin, Bruder. Ist der angebraten? Das ist Mehl angeröstet? Ja, ja, ja. Wie, den Tienden. Ja. Das Mehl ist angeröstet? Ich wusste es. Da hab ich dich, mein Lieber. Es ist gut, dass du hier bist, mein Lieber. Also ich dachte... Und vor allem ein dicker Araber. Ein dicker Araber, der hoffentlich nicht alles weg ist. Kuss, Kuss, Kuss. Finale ist Fazit von mir, Leute. Einfach frei raus. Mante, du merkst diese Handwerkskunst. Du merkst, die machen das selber. Die stellen sich selber hin. Formen die Mante. Auf jeden Fall Handwerksqualität. Und das mag ich. Du merkst, das Lebensmittel. Ist nicht verdeckt durch irgendeine Scheiße. Sondern ist einfach ein ehrliches Lebensmittel. Flash mich. Hab noch nicht so, so oft Mante in meinem Leben gegessen. Hab aber auch sehr gute gegessen. Gute Empfehlung. Würde die im mittleren, oberen Bereich ansiedeln. Wenn ich jetzt bewerten müsste, hätte ich wahrscheinlich so eine 8 Punkte gegeben. Also ich fand es schon wirklich sehr lecker. Durchweg würde ich jetzt einfach als Gesamtbewertung von dem Laden hätte ich eine 8 Punkte gegeben. Empfehlenswert. Definitiv empfehlenswert. Qualität tief. Gutes Ding. Kuss, Kuss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt an, wenn ich sowas öfter auf den Hop-Kanal bringen soll, einfach Daumen oben knallen lassen. Und da wird auch nochmal ein bisschen mehr Abwechslung kommen. Und sonst geht es zur HolleTV rüber. Habt ihr auch alles am Start. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.